Ich habe gleich einen ganz wichtigen Termin und bin auch schon ziemlich in Eile. Aber ich möchte trotzdem die Zeit nutzen, mich noch etwas aufzufrischen. Und das zeige ich euch, und zwar am Aufzug. Ich benutze jetzt meinen schnellen Schönmacher von Sisley Enston Perfect, damit ich gleich wieder richtig wach und frisch aussehe. Das einfach nur ganz leicht mal auf die Wangenpartie geben. Danach nehme ich meinen Concealer von Estée Lauder und den gebe ich nur ganz leicht in die Augenpartie, damit ich einen wachen und frischen Blick habe. Meinen Lieblingsslipgloss von Clinique Chubby Chick trage ich ganz leicht auf, damit es etwas natürlich aussieht, aber nicht zu viel wirkt. Und zum Schluss fixiere ich das Ganze, und zwar mit Clarins Fix Make-up. Und jetzt bin ich fertig für den Termin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020